Musik Wir sind sehr froh als Brandenburger Freie Wähler heute hier sein zu können in München. Wir erleben hier eine sehr diskussionsfreudige, sehr aufgeschlossene, sehr höfliche Landtagsfraktion Bayern. Wir sind sehr dankbar hier ins Gespräch zu kommen, diesen fachlichen Austausch auch zu suchen und wir haben schon sehr viele Punkte mitgenommen. Manches passt für Brandenburg, manches nicht, aber wir erleben auf jeden Fall einen Austausch auf Augenhöhe mit einer sehr großen fachlichen Tiefe auch. Gerade beim Thema auch mehr direkte demokratische Beteiligung der Bevölkerung, da schauen wir gemeinsam klar in die Zukunft und wollen insbesondere sicherstellen, dass mehr direkte Mitsprache der Bevölkerung möglich ist, damit der freiheitliche Gedanke, der uns als Freie Wähler natürlich eint, noch stärker in Deutschland wirken kann. Musik